Anpassung ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit den Grundbegriffen. Wie der Name schon sagt, passt sich hier etwas an. Genauer gesagt, passt sich entweder der Innenwiderstand der Spannungsquelle an den Außenwiderstand an oder umgekehrt. Der Außenwiderstand passt sich an den Innenwiderstand der Spannungsquelle an. Es gibt drei verschiedene Arten der Anpassung. Einmal die Stromanpassung, die Spannungsanpassung und die Leistungsanpassung. Ich bin Enrique Fernandes hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.